Willkommen bei Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Durch Wischen nach rechts beziehungsweise links können Sie andere Spieloptionen auswählen. Durch Doppelklicken starten Sie das Spiel mit den ausgewählten Einstellungen. Im Spiel wird immer ein Tiergeräusch abgespielt und anschließend werden vier Auswahlmöglichkeiten A, B, C und D genannt. Danach haben Sie 30 Sekunden das richtige Tier auszuwählen. Für A klicken Sie links oben, für B rechts oben, für C links unten und für D rechts unten im Bildschirmbereich. Farm Dschungel Alle Tiere War es A, Katze B, Hund C, Q D, Maus War es A, Tiger B, Gepard B, Gepard C, Affe D, Pandabär D, Tintenfisch War es A, Delfin B, Wal C, Qualle C, Qualle D, Tintenfisch Tintenfisch Gratulation! Sie haben 2 von 3 Punkten erreicht! K grad K D, Tinten V, C, Pil C, Pat D Absolvereign D, Tinten K тор K Tinten Druck